Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land und wieder für euch in Shadowlands unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Party-Sync-Kisten und dazu war ich mit meinen Twinks ein bisschen fleißig, habe ein paar zusammengesammelt und die wollen wir heute öffnen. Insgesamt wollen wir 20 Kisten aufmachen, wir müssten aber diesmal ein bisschen durchmixen, denn meine Load-Charts sind mittlerweile Stufe 50 und aus dem Party-Sync rausgeflogen und jetzt muss ich die Charts ein bisschen wechseln, heißt, ich kriege leider auf dem jetzt nicht mehr ganz 20 zusammen, macht aber nichts. Ich habe auf dem Hunter hier 18, auf dem Hexer habe ich noch eine vom letzten Mal und dann habe ich auf dem DH noch welche, also 20 kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Was brauchen wir noch? Ich brauche hier beim Jäger noch Schuhe, Hose und eine Brust, drei Items, beim Hexer brauche ich noch eine und beim DH sind es glaube ich noch mehr Sachen, aber da werden wir dann gleich gucken. Gut, fangen wir an. Erstes Item, eine Waffe, hm, brauche ich nicht. Handgelenke, die brauchen wir auch nicht. Schultern, die brauchen wir auch nicht. Schuhe, ah, eins von drei haben wir schon mal, sehr schön. Umhang brauchen wir nicht. Nochmal eine Waffe, wäre sehr nice, wenn wir mit dem Hunter fertig werden würden. Hände, die brauchen wir auch nicht. Einen Ring, den brauche ich überhaupt nicht. Nochmal einen Umhang haben wir jetzt schon dreimal bekommen, oder? Hm, Trinket, Waffe, oh wei, jetzt sehe ich meine Fälle da vorm Schwimmen. Nochmal eine Waffe, nochmal der Umhang, oh boy, ich will keinen Umhang, keine Waffe. Gut, ich brauche die Spurensucher Weste und die Spurensucher Beinschützer, komm. Nochmal eine Waffe. Handgelenke, zwei Items haben wir jetzt noch. Nochmal eine Waffe. Komm, gib mir bitte nur eins. Und einen Kopf. Ja gut, also das war ziemlich bescheiden. Ein Eins von drei Items habe ich bekommen bei 18 Dingern. Ist jetzt eher schlecht. Ähm, nichtsdestotrotz machen wir jetzt noch zwei Kisten auf. Und zwar eins habe ich hier noch auf dem Hexer. Vielleicht sind ja die Handgelenke drin, die ich hier noch brauche. Ne, ein Trinket, warum soll ich auch mal Glück haben? Und dann hätten wir jetzt noch eine letzte Kiste, die wir beim MDH dann halt aufmachen. Da habe ich auch noch ein paar. In dem Tamm muss ich vielleicht mal nur aufräumen. Da haben wir einen Ring gekriegt. Gut, das waren jetzt 20 Kisten. Ein Item. Ist ehrlich gesagt ein bisschen eine magere Ausbeute. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Kisten-Opening wieder, wenn ich wieder 20 Kisten zusammen habe. Ich verabschiede mich an der Stelle. Eutila, bis zum nächsten Mal. Ciao.